Servus und herzlich willkommen. Ich mache heute mal ein kleines bisschen was anderes und zwar nehme ich euch heute mal mit mit meinem Handy und zwar spiele ich ja auch Pokémon Go wie ich glaube zurzeit die Mehrheit der Leute und ich möchte euch heute mal zeigen wie ihr in unter einer halben Stunde 33.000 XP machen könnt und im Vorfeld muss ich euch aber sagen ich habe jetzt ein paar Tage gesammelt also ich weiß gar nicht wie lange so lange war es gar nicht ich glaube drei Tage oder sowas habe alles an Pokémon eingesammelt was ich finden konnte habe mein Augenmerk aber auf Hornliu auf Taupsi und auf Raupi gelegt allerdings sind bei uns hier eher Hornliu und Taupsi ganz sehr verbreitet habe die gefangen habe somit halt auch die diese Bonbons die man dazu braucht zum entwickeln gesammelt ganz viel und ja und jetzt werde ich versuchen wie gesagt sehr viel XP zu machen habe allerdings auch zwei Pokémon ich glaube es war Sterndu was ich noch nicht weiterentwickelt habe was ich aber jetzt auch mitmachen werde das heißt auch dort bekomme ich ein neues Pokémon und als zweites ich kann es euch gerade gar nicht sagen was das zweite war ach so ich glaube Myrapla oder sowas auch das kann ich weiterentwickeln auch ein Pokémon was ich bis jetzt noch nicht habe die Weiterentwicklung und ja ansonsten sowas wie Ratzfatz habe ich auch oder oder ach ich weiß auch ne Habitak ich glaube kann ich weiterentwickeln ja aber wie gesagt das werde ich euch jetzt zeigen im Vorfeld wird es so werden dass ich einmal ein Glücks einnehme um natürlich meine Chancen noch mehr zu erhöhen den Level auf Level Up zu bekommen und zwar mit das Glücksei bewirkt dass man einfach die doppelte Anzahl an XP bekommt ja wie gesagt das zeige ich euch jetzt und dann werdet ihr sehen dass man in unter einer halben Stunde auch ganz gerne mal 33.000 XP machen kann bis zum nächsten Mal im Vorfeld im Vorfeld im Vorfeld im Vorfeld im Vorfeld This time, we will win This time, we'll have to join forces This time, we will win This time, we'll have to join forces This time, we will win Castles and dragons, the battle begins Tonight, are you with me? This is our kingdom, and we won't run Tonight, we are a team Castles and dragons, the battle begins Tonight, are you with me? This is our kingdom, and we won't run Tonight, we are a team We can do anything together If we just try And as long as we have our backs We'll never, our faults combine Forever This time, we will win This time, we'll have to join forces This time, we will win This time, we'll have to join forces And we'll have to join forces This time, we'll win This time, we'll win This time, we'll win So, das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, was ich mache oder was ich gemacht habe. Natürlich habt ihr auch gesehen, dass ich dann zum Schluss versucht habe, ganz viel, die ich noch so häufig hatte, zu verschicken, um dort noch diese Bonbons zu bekommen, um einfach das Bestmögliche rauszuholen und dann wieder eins zu entwickeln, wie bei den Habitaks. Ich glaube, habe ich dann einige, wie gesagt, weggeschickt, um halt wirklich noch diese 50 Bonbons zu bekommen, um das weiterzuentwickeln. Und ja, so könnt ihr das machen. Ich würde jedem empfehlen, um Level-Up oder Level-Aufstieg zu schaffen, dass ihr wirklich die Glücks-Eier verwendet. Das ist einfach das Beste. Leider gibt es die im Pokelstopp wohl nicht. Die muss man sich kaufen, aber ich denke, es soll auch kein Problem sein und beim Level-Up bekommt man auch ab und an mal eins dazu. Ja, ansonsten war es das mit meinem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.